Oh nein, jetzt habe ich mich extra schick angezogen. Ich wollte tanzen und jetzt ist der Weihnachtsball zu Ende. Ich fasse es gar nicht. Au. Na gut, das mit dem Ball wäre wahrscheinlich sowieso nichts geworden. Ich meine, der Weihnachtsbaum ist so groß, wo hätte man hier noch tanzen können? Okay, das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Der Rattenkönig hat selbst die Wölfe unter seiner Kontrolle. Ich frage mich echt, wie er das macht. So, können wir den jetzt hier? Können wir nicht. Können wir den? Ah, oh Gott. Ja, Moment. Mir ist schon fast wieder leid. Ja, also der Hund hat auf jeden Fall einen kleinen Gehfehler. Oh nein, wie süß. Klick. Ich hätte auch gerne so eine Kerze. Mein zuverlässiger Freund weiß, wie er mich warm hält. So sieht es aus. Oh, herrlich. Oh, das war es an Musik? Ach, komm schon. Was für ein mutiger kleiner Nussknacker. Man muss ihn einfach bewundern. Ich finde ihn auch wirklich total süß. Ich finde ihn nicht wichtig, dass es wichtig ist, dass er die Tür nicht wichtig ist. Ich finde ihn nicht wichtig ist, dass er die Tür nicht wichtig ist. Was ist das süß, guck mal, wie er da stratzt. Oh, mein kleiner Freund brennt gerade. Er sieht ein bisschen gelangweilt aus. Das war's. Ihr dahint 근데 mal von mir. Oh, mein kleiner Freund. Das war's. Er ist ein bisschen dumm. Sag Das war's.